Wach die Wäsche, koch Mittagessen, putsch den Hexenkessel, Björn mach dies, Björn holt alles. Immer ich, immer muss ich alles machen. Und was tut sie mal für mich? Richtig. Gar nix. Allein seufzt sie auf U. Hoffentlich taucht sie bald auf. Ich muss langsam mal los. Der Lärchenchor wartet auf mich. Wenn die sich nicht vernünftig einsehen können, wird das nichts mit unserem Auftritt beim kleinen Fest. Ich muss langsam mal los. Ich muss langsam mal los. Ich muss langsam mal los. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gern applaudieren und wenn nicht, verkneift euch bitte jegliche Unmutsäußerung. Es war ja nur ein Märchen und jede Ähnlichkeit mit allen oder abwesenden Personen reiner Zufall. Also, machen wir Schluss für heute!